Ja, willkommen zu einer neuen Review. Und zwar möchte ich heute euch das Jabra Halo 2 vorstellen. Nur einmal diesmal in einer anderen Farbe. Also eigentlich möchte ich es euch nur in der Farbe weiß zeigen. Gestern war ich in Berlin zum Jabra Pre-Event geladen und einige Blogger, auch von anderen Webseiten, haben entsprechend dieses Headset bekommen. Unter anderem ich jetzt hier auch für die Vorstellung. Wir hatten das Halo 2 bereits vor Weihnachten letztes Jahr vorgestellt. Da war es in der Farbe schwarz nur erhältlich. Das Halo 2 ist jetzt ab sofort im Handel auch in der Farbe weiß verfügbar. Zu den Details selber. Ihr habt die Möglichkeit, mit dem Headset nicht nur Musik zu hören, Podcasts zu hören, Videos am Playbook zu schauen und zu hören, sondern ihr könnt damit auch telefonieren über euer Smartphone, wenn ihr unterwegs seid. Das Ganze erfolgt über das AD2DP-Profil, was das Musikhören angeht. Alles andere natürlich dann sowieso über das Bluetooth-Profil. Also es wird ganz normal per Bluetooth gekoppelt. Und ihr könnt wahlweise Musik hören, Videos schauen oder auch mit telefonieren. Das Schöne an dem Jabra Halo 2 ist, ihr könnt es für die Reise einfach verkleinern, indem ihr es zusammenklappt. Zusätzlich wird auch die Ein-Ausschalte-Funktion damit ausgelöst. Das heißt, im zusammengeklappten Zustand schaltet sich das Headset ab. Bei Nicht-Aktivität von 10 Minuten und es ist nicht zusammengeklappt. Also sagen wir es mal, wir haben es in einem ganz normalen Standard-Mode. Es bleibt jetzt einfach so liegen. 10 Minuten, ihr benutzt es nicht, schaltet es sich automatisch ab. Finde ich persönlich sehr gut. Zum Halo 2 selber. Wir haben hier entsprechend von innen das Ganze bezogen, mitsamt. Wir haben hier unten am Ende, seht ihr das? Das kommt jetzt hier nicht so schön rüber. Den Micro-USB-Anschluss zum Laden, zum Beispiel am PC, über das beigelegte USB-Datenkabel, um den Akku zu laden. Ihr habt hier seitlich Sensortasten für die Lautstärke. Genauso auch für die Gesprächsannahme und Beendetaste. Selber hier könnt ihr am Ende die Größe anpassen, je nachdem, wie ihr es am besten tragen wollt, wie es am besten sitzt. Auf beiden Seiten. Im Ganzen, es wiegt ca. 80 Gramm. Und wenn ihr es nicht mehr benutzen wollt, klappt es einfach zusammen und verstaut es für die Reise in euren Koffer. Zum Lieferumfang möchte ich kurz eingehen. Haben wir hier einmal das USB, das auf Micro-USB entsprechende Netzteil, was ihr entsprechend dann hier unten anbringen könnt, um es dann auch zu laden. Über die normale Stromdose sozusagen. Hier habt ihr die Möglichkeit, über ein entsprechendes Smartphone mit dem 3,5-Klinken-Stecker auch die Kabelverbindung zu nutzen, sprich, dass ihr nicht über Bluetooth geht, um Musik zu hören, sondern über das Kabel. Dann gibt es nochmal einen zusätzlichen Adapter. Dann das USB-Ladekabel zum Aufladen des Akkus, zum Beispiel am PC, Mac, was auch immer. Im Lieferumfang haben wir hier das Quick-Start-Manual, wo in unterschiedlichen Sprachen die wichtigsten Punkte erklärt werden. Hier gibt es auch nochmal einige Hinweise zum Headset, was ihr beachten könnt, zu der LED-Anzeige und so weiter. Wie immer, nicht zu vergessen, die rote Karte zum Registrieren des Produkts und auch die Sicherheitsbroschüre. Zum Headset selber ist es, was gibt es zu beachten. Ihr könnt am Headset Gespräche annehmen seitlich, über die entsprechende Taste. Also annehmen und beenden. Ihr habt innen drin vom Headset einmal die LED-Anzeige für den Akkustand, für den Bluetooth-Status. Dann habt ihr die Lautstärkeregelung über die Sensortasten hier. Ihr könnt über die Sensortasten entsprechend auch Titelsprünge durchführen. Und hier unten haben wir nochmal den entsprechenden Micro-USB-Anschluss. Ja, was gibt es zu beachten? Der Akku selber hält beim Musik entsprechend ungefähr um die 8 Stunden. Bis zu 13 Stunden haben wir hier eine Stand-by-Zeit angegeben vom Hersteller. Das muss man sehen, wie es dann letztendlich wirklich bei der Nutzung sich verhält. Ihr habt zusätzlich noch als Hinweis, wenn ihr jetzt mal schnell den Akku laden müsst, so schnell wie auch bei den anderen Headset, geht es hier auch bei dem. Wir haben hier ca. 2 Stunden angegeben, bis der Akku komplett aufgeladen ist. Während des Ladevorgangs ist es so, dass die rote LED hier entsprechend innen aufleuchtet, ist der Akku vollständig aufgeladen, sprengt die rote LED auf grün über. Dann ist der Ladevorgang abgeschlossen. Zum Telefonieren. Wenn ein Call reinkommt oder ein Anruf, dann wird das im Headset natürlich signalisiert und ihr könnt es dann seitlich entsprechend mit der Annahmetaste annehmen, das Gespräch. Genauso auch beenden. Wenn ihr Musik hört, als Tipp noch von mir. Ihr habt die Möglichkeit selber, in den verschiedenen Equalizern eures Abspielprogramms am Playbook zum Beispiel oder an anderen Smartphones, den Sound noch ein bisschen zu optimieren. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, sofern das vorhanden ist bei eurem Smartphone. So, um mit dem Headset noch Musik zu hören, möchte ich euch das kurz zeigen. Am Playbook selber geht ihr in das Menü Einstellungen. Dort habt ihr die Bluetooth-Settings und könnt entsprechend nach neuen Geräten suchen. Ist es in dem Koppelmodus entsprechend gestartet. Das startet bei der Erstinbetriebnahme automatisch in diesem Pairing-Mode. Und das Gerät ist sofort erkennbar. Das Playbook hat das Gerät gefunden und zeigt es entsprechend hier an. Ich gehe jetzt mal ran hier. Also es ist jetzt hier verbunden mit dem Playbook. So, und dann geht ihr am Playbook einfach nur nochmal in die Musikanwendung und wählt euren Song aus und dann wird das hier entsprechend wiedergegeben. Hier ist die Lautstärke. Ein bisschen kommt es vielleicht rüber. Also es klappt wirklich sehr gut. Ja, das war es eigentlich schon. Zu dem Headset. Wie gesagt, in der Farbe Weiß mal was anderes. Das ist im Moment eh so ein Trend, dass alles irgendwie auch in Weiß angeboten wird. Warum auch nicht? Die Telefone sind ja auch nicht mehr nur in Schwarz erhältlich, sondern einige wie Samsung S3 als Beispiel ist ja auch in Blau oder in Weiß erhältlich. iPhone bzw. Apple macht das schon lange. Bei den Blackberry 10-Geräten wird das wahrscheinlich in Zukunft vielleicht auch standardmäßig der Fall sein. Das wird sich zeigen. Ja, im Ganzen ist das ein super Headset für zu Hause, zum Musikhören auf dem Sofa. Schaut euch selber mal die Review an mit den Fotos. Guckt euch das Headset an, ob es euch zusagt. Ich mag es ganz gern aufgrund der Bluetooth-Kompatibilität und des Musikstreamings. Und die Farbe Weiß kommt richtig schick rüber. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.